Bloodprince Council, Blood will flow. Ähm. So. Grundsätzlich erstmal ist das ein Council Fight, wo sich die Bosse die HP teilen. Also anders wie jetzt irgendwie das Council bei das Eredar Council. Die haben sich ja die HP nicht geteilt. Das heißt, haut ihr einen davon, kriegt der andere auch Schaden. Ihr könnt aber nicht Multidotten und so quasi auf drei Gleichzeit Schaden machen, denn es ist immer nur einer aktiv und die anderen droppen quasi auf inaktiv. Die kriegen 1 AP und ihr könnt da keinen Schaden drauf machen. Zumindest keinen Schaden, der irgendwie hilft. Ähm. Und jeder dieser drei Council Member hat verschiedene Fähigkeiten. Ähm. Wir haben einmal Prinz Valana und Prinz Valana spawnt Kinetic Bombs. Das sind so Kugeln, die fallen langsam irgendwo im Raum vom Himmel runter und wenn sie den Boden berühren, explodieren die und alle Leute fliegen weg. Ist fast immer ein Wipe. Muss kein Wipe sein, aber fast immer. Dann hat er einen Schock Vortex. Das ist so ein kleiner gelber Wirbel, äh weißer Wirbel und wenn der auslöst, dann explodiert das. Hinter ist so eine pulsierende Fläche und Leute, die daneben stehen, kriegen Schaden und werden auch einmal durch den Raum geetet. Dann gibt es Prinz Taldaram. Der macht Glittering Spark quasi als Cone nach vorne meistens oder im Normal Mode zumindest. Ähm. Das hinterlässt auf Spielern einen Magie-Debuff. Der macht moderaten Feuerschaden und verlangsamt die Leute um 40%, glaube ich, oder? Ja, 40%. Dann haben wir Conjure Flame. Da macht er so eine Feuerkugel, so ein kleines Genkidama über seinen Kopf und schmeißt das auf irgendeinen Spieler. Die Kugel fliegt dem Spieler hinterher und sobald die Kugel den Spieler erreicht, explodiert die und macht Schaden im Umkreis. Dann gibt es noch Prinz Keleset und der macht eigentlich nur eine Schattenlanze, also so Shadowbolt-mäßig immer auf den Tank, der den gerade tankt. Und was dazu noch kommt ist, dass so schwarze oder so lilane Voids spawnen und die verbinden sich mit einem Spieler, der die Agro auf den Voids hat und für jede Void, die man hat, kriegt man 35% weniger Schaden. So, das sind so die normalen Abilities. Jeder dieser Bosse, wenn er aktiv ist, empowert aber seine Abilities. Das heißt, die Abilities kommen die ganze Zeit, aber wenn derjenige aktiv ist, wird die Ability, die er hat, anders oder stärker. beim Prinz Valana ist es so, dass der Schock Vortex dann nicht mehr irgendwo auf den Fleck kommt und von dort explodiert, sondern jeder Spieler wird quasi zum Schock Vortex. Das ist dann eine kleinere Explosion, aber wenn zwei nebeneinander stehen, dann schießen die sich gegenseitig weg. Das heißt, da muss man spreaden und so weiter. Da gehe ich gleich drauf ein. Bei Prinz Thaldaram ist es so, dass diese Feuerkugel, die er spawnt, wesentlich größer wird, wesentlich stärker wird und wenn er die auf einen drauf schmeißt, macht die so viel Schaden, dass er stirbt und wenn er neben anderen steht, auch alle im Umkreis sterben. Diese Kugel kann man aber abschwächen. Und zwar, wenn Leute quasi in der Nähe der Kugel sind, wenn sie fliegt, dann schießt die die Sparks auf die Leute in der Nähe und wird dann immer kleiner beim Moven. Das heißt, man muss die quasi absocken. Und bei Prinz Keleset ändert sich eigentlich gar nichts. Nicht, dass ich wüsste. Also vielleicht macht er mehr Schaden oder so. Achso, ja, klar. Prinz Keleset macht, wenn er aktiv wird, einfach viel, viel, viel mehr Schaden. Viel mehr. Das heißt, wenn er aktiv wird, muss der Tank um den Schaden zu mitigieren. Und eine Ability kommt dann noch auf dem HC-Mode dazu, und das ist Shadow Prison. Wenn Spieler sich bewegen, steckt ein Debuff hoch. Und während die sich bewegen, tickt der Debuff mit immer mehr Schaden. Du läufst und während du läufst, steckt der hoch, quasi genau andersrum wie bei Hodir. Aber wenn du stehst, kriegst du keinen Schaden, egal wie viele Stacks du hast. Das heißt, wenn du läufst, ein Stack, zwei Stacks, drei Stacks, du kriegst immer mehr Schaden, vier Stacks, dann bleibst du stehen und es kommt kein Schaden mehr. Und das sind so die Abilities von Blood Council. Und jetzt gehen wir darauf ein, wie wir das Ganze spielen. Welche Seite, was nehmen wir denn? Ja, machen wir die. So, also, ihr habt hier stehen, in der Mitte steht Wallaner, links steht Keleset und rechts steht Talharan. So, zuerst einmal, also hier unten ist der Eingang, damit man das einordnen kann. der Radius, in dem ihr, wo ihr die Body pullt, ist relativ groß. Also, wenn ihr irgendwie so, also, das hier ist wahrscheinlich der Radius circa, wo ihr die Bosse pullt. Wenn irgendjemand über diese Linie tritt, geht der Kampf los. Nur damit ihr es mal wisst, wird bestimmt passieren, dass da jemand Body pullt. Bestimmt. so. Um diese obwohl, wir fangen anders an. Ihr braucht für diesen Kampf entweder drei Tanks, aber die meisten spielen es mit zwei Tanks. Das heißt, ein Tank nimmt Valana und Taldaram zusammen und der andere Tank nimmt Keleset. Das heißt, ein Tank hier bei uns bin ich das auf den beiden und auf diesen hier den kann man auch mit Warlock oder sonstigen Ranges tanken. Der beste Tank für Keleset ist aber ein DK Tank. Normalerweise tanken wir mit einem Dudu, aber hier switchen wir auf DK. Das heißt, einer unserer DKs nimmt einen Tank Speck und nimmt sich Keleset. Einfach, weil Keleset macht Magie Schaden und da ist ein DK perfekt dafür. So, wenn ihr nur einen Tank nehmt, um die beiden hier recht zu tanken, die hauen rein wie Sau und es kann auch durchaus mal passieren, dass ihr gewoneshottet werdet. Deswegen ist ein Parler Tank ganz okay, weil Anti Fender. Aber ihr müsst da wirklich sehr viel HP haben. Also so viel HP wie ihr rauskriegen könnt, damit ihr das überlebt. Weil wenn die gleichzeitig einen Hit machen und die hitten so für 30.000 je nachdem, dann kippt ihr einfach aus den Latschen, weil keiner, kein Parler Tank oder bis auf Dudu Tank maybe DK, aber sonst hat keiner irgendwie über 60.000 HP, ich glaube auch kein DK. So, dann bei dem Fight hier, man kann durchaus hier einen Heiler mehr reintun. Also fünf Heiler, habe ich ja gesagt, ist so der Standard, man kann hier auch durchaus mit einem sechsten Heiler spielen, um das ein bisschen zu entspannen. Aber man wiped meistens nicht, weil man zu wenig Heal hat, sondern weil einfach zu viel Schaden auf einmal reinkommt. Ja, also das ist kein Fight, wo man sagt, okay, ich schmeiße einen weiteren Heiler rein und easy keiner stirbt, sondern wenn Abilities durchkommen, dann stirbt man. Aber sollte man mal im Hinterkopf haben, man könnte hier auch einen Sechsten hinzufügen, weil der Schaden, den man macht, der ist, es ist quasi immer der gleiche Ablauf im Kampf und ob der Fight dann ein paar Sekunden länger geht oder nicht, weil man einen DD weniger hat und dafür einen Heiler ist scheißegal. So. Wenn gepullt wird, stehen die Mobs auch genau so. Die hier laufen ein bisschen runter und der DK-Tank tankt den auch irgendwo hier. So ist circa die Aufstellung der Tanks. Wichtig ist auch, dass wenn ihr anfangt, ist immer, immer Valana aktiv. Er ist immer der Erste, der aktiv ist. Stellt die so, dass sie, dass wenn ihr Valana tankt, dass Valana in den Raum reinguckt. Zur Aufstellung, zur restlichen Aufstellung ist, ihr steht hier im Raum leicht gespreadet. Ihr könnt entweder sofort, ich glaube es sind 8 Yards gewesen, 12 Yards. Ihr könnt entweder immer, wenn Valana aktiv ist, schon 12 Yards auseinander stehen oder ihr spreadet euch immer auf, wenn der Empowered Shock Vortex kommt. Denn, ich habe ja schon gesagt, immer wenn einer der Bosse aktiv ist, dann wird eine seiner Abilities empowered. Und bei Valana ist es so, er hatte ja vorher den Shock Vortex, den er hier irgendwo, also wenn er nicht empowered ist, schmeißt er den irgendwo hin und in dem Umkreis, erst ist es klein, so ein kleiner Wirbel und dann macht es Boom. und dann wird es circa so groß und dann bleibt die da. Wenn er aber empowered ist, dann bekommt jeder einzelne Spieler einen eigenen Shock Vortex auf sich drauf. Ich mache das jetzt nicht bei jedem, aber es ist auf jedem drauf. Und wenn ihr nicht 12 Yards zu allen anderen Spielern wegsteht, dann kickt ihr euch gegenseitig weg und macht relativ viel Schaden. Und wenn ihr euch gegenseitig wegkickt, müsst ihr ja erst wieder laufen, dann kriegt ihr den Dot drauf und 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 Wenn das mal einen trifft, der wegfliegt, ist das kein Beinbruch. Wenn ihr aber mehrere habt, die voneinander getroffen werden, dann wiped ihr daran. so als Ranges könnt ihr euch ja rein theoretisch schon im Pull 12 Yards auseinander aufstellen. Als Melee DDs geht das aber nicht. Als Melee DDs müsst ihr vorher einteilen, wer wohin läuft, wenn Schock Vortex kommt. Weil angenommen, ihr habt 8 Melee DDs da vorne und das haben wahrscheinlich die meisten Raids irgendwie. dann müssen alle 12 Yards voneinander weg sein. Und das relativ schnell, weil der Cast geht so 4 Sekunden oder so. Das heißt, die Leute, die müssen vorher schon wissen, wo sie hinlaufen. Macht euch hier so ein Foto von, also nehmt dieses Tool und teilt die Leute ein, wo sie hinlaufen sollen. Dann kriegen die feste Splots und es ist einfacher, wenn die Leute schon weglaufen, bevor die Ability überhaupt kommt. Die kommt auf einen ungefähren Timer. Aber wenn die halt schon fünf Sekunden nicht am Boss stehen, weil sie schon vorher weggelaufen sind, dann ist das fein. Ansonsten müssen die dort Sprint usen oder Sonstiges. Teilt eure Leute dann später so ein, dass die, die einen Sprint haben, die hinteren Position nehmen. Denn zum Beispiel eine Einteilung wäre einer hier, einer hier, einer da, einer da, einer da, einer läuft nach hier, einer läuft nach da, und der läuft nach da. Wenn dann der Shot Vortex kommt, dann passiert nichts. Auch extrem darauf achten, dass niemand am Tank steht. Der Tank will überhaupt gar nicht gefeuert werden, weil dann laufen die Bosse hinterher und alles ist kacke. Wenn die Ability vorbei ist, laufen alle wieder ran. Und das ist der Grund, warum wir den in den Raum reingucken lassen, weil wenn die Melees auf dieser Seite hier am Rücken stehen, dann haben die einen kürzeren Weg nach außen. So. Und das ist die Haupt-Ability, wenn Keleset, wenn Valana aktiv ist. Welcher Boss dann als nächstes, achso, die Ability macht er entweder einmal oder zweimal nach dem Pull. Das ist ein bisschen random. Ich weiß nicht mal, ob das irgendwie mit HP zu tun hat, aber ich glaube nicht. So, macht euch da nur für bereit, dass es ein zweites Mal kommen kann. So, nach einer gewissen Zeit wird dann Valana quasi inaktiv und ein anderer wird aktiv. Das ist aber random. Es kann entweder Taldaram oder Keleset aktiv werden. Und ihr müsst mehr oder weniger jeden dieser einzelnen Bosse als eigenen kleinen Bossfight betrachten. Weil ihr bei jedem etwas anderes zu tun habt. Aber es ist immer choreografiert. Angenommen, ja, weil es ist jetzt egal, in welcher Reihenfolge ich euch erkläre, weil, ob der jetzt zuerst dran ist oder der, die Taktiken bleiben die gleichen. Angenommen, Taldaram wird aktiv. Wenn Taldaram aktiv wird, seine Ability ist ja, dass er diese Kugel castet über sich, die dann groß wird, ein Spieler targetet, zu ihm hinfliegt und explodiert. Wir wollen ja diese Kugel abstecken. Das heißt, die muss durchspieler durchfliegen, bevor sie das Ziel erreicht. Deswegen, wenn der aktiv wird, drehe ich den Boss immer um. Denn, dann müssen die Melees auf dieser Seite stehen. Und wenn jetzt die Kugel hier spawnt, dann fliegt die ja hier los, dann geht die erst durch die Melees und die Melees können dann ein Stück mitlaufen. Wenn die auf der anderen Seite stehen, dann können die nicht so weit mitlaufen oder die Kugel stack gar nicht so weit ab. So, wo ihr jetzt aber drauf achten müsst, ist, während Taldaram aktiv ist, pastet Valana weiter seinen Schockvortex. Das ist jetzt der Schockvortex, der irgendwo auf dem Boden spawnt und von da größer wird. Ich mache es immer so, ich nehme mir Valana immer ins Fokus, damit ich sehe, wenn er es castet. Und was mir das noch bringt, wenn ich mich dann so rum aufstelle, ist, dass ich sehe, wo dieser kleine Wirbel spawnt. Der ist wirklich klein. Und wenn der in den Melee spawnt, dann sieht man den nicht wirklich. Aber so habe ich einen besseren Überblick hier, weil ich ja dann so in den Raum reingucke und sehe, wo dieser scheiß Vortex spawnt, dass ich sagen kann, Vortex Ranges, Vortex Melees, Vortex Tank. Das bedeutet dann der hier. Denn diese Leute müssen dann vom Vortex weglaufen. Zum Glück ist der Rate nicht von 2009, man muss das Rad neu erfinden, der Möw wird doch eh neunter. Ja, dann muss ja nicht zuhören. So, wenn der Schock Vortex hier spawnt, müssen die Leute weglaufen, denn danach wird der ja circa die Größe. Und der pulsiert die ganze Zeit. Das heißt, wenn ihr danach wieder hinlauft, dann fliegt er weg und er fliegt wirklich bis hinten an die Wand. die Aufgabe von dem Tank hier ist es, den Vortex anzusagen. Hi Es sollte aber jeder im Raid, der ihn sieht, zumindest callbereit sein. Denn auch der Tank hier sieht den nicht immer. Ich mache es immer so. Ich gucke, weil der castet den. Ich habe den im Fokus, ich sehe seine Castbar. Wenn die durch ist, scanne ich den Range Bereich. Wenn ich den da nicht sehe, dann ziehe ich den Boss, ob der jetzt in den Milis ist oder nicht, ziehe ich den Boss zur Seite. Weil man sieht es in den Milis nicht. Und ich hätte auch keine Zeit mehr, danach zu suchen, wenn er gespawnt wäre. Ich ziehe ihn einfach präventiv zur Seite. Wenn ich ihn hier nicht sehe, dann ist die einzige Chance, wo er ist, hier in den Milis. Das heißt, ich muss nicht mal konfirmen, dass er da ist. Ich ziehe ihn einfach zur Seite, alle Moven ein bisschen und gut ist. Es sind meistens mehr als einer aktiv. Das heißt, der ist aktiv und bleibt aktiv. Und dann kommt irgendwann ein zweiter. Und während der zweite läuft, wird dann der irgendwann inaktiv. Ja? Also während diese beiden Bosser aktiv sind, ist diese Fähigkeit immer noch übertrieben wichtig und muss ordentlich gehandelt werden. So, diese Orb oder diesen Flame Orb, Conjure Flame, man kann, es gibt mehrere Möglichkeiten. Wie wir es machen ist, dass wir uns dann einfach hier irgendwie groupen, so gut wie es geht, diese Orb fliegt, die Millis laufen ein paar Meter mit und dann wird die Orb schon mal kleiner. Und der Spieler, auf den die Orb ist, der läuft nach hinten raus. Dann fliegt die Orb noch durch die Ranges, wird kleiner und kommt dann nur klein hinten an. Und nichts passiert. Wir machen es aber auch so, dass wir den, der die Orb kriegt, einen Cooldown geben und einen Raid und diese Orb kommt circa auch zweimal pro aktive Phase von Taldaram. So, wenn dann Taldaram inaktiv wird und Keleset aktiv wird, dann bleiben weiter diese Schockvortex ein Problem, da muss man weiter darauf achten, die Orb aber nicht mehr. Und sobald der aktiv wird, ist es scheißegal, wie die Leute hier stehen, solange sie sich davon nicht treffen lassen. Wir fangen dann meistens an, uns schon mal wieder leicht aufzuspreaden, dass dieser Schockvortex nicht in dieses Camp reingeht und alle trifft. Denn wenn Keleset aktiv ist, usen wir Bloodlust. Weil das Einzige, was hier passiert ist, dass der Tank hier mehr Schaden bekommt. Hier fliegen ja aber die ganze Zeit in diesem Raum so diese kleinen Void Aufgabe von dem Tank ist es, sich diese Void Zones bevor der aktiv wird ranzuholen. Und man braucht mindestens drei, wenn der hier aktiv wird. Wenn der als drittes aktiv wird, hat man natürlich mehr Zeit. Wenn der aber früher aktiv wird, hat man weniger Zeit. Diese Void Zones hier, die haben nicht viel HP, 100.000 oder so. Das heißt, für alle DDs kein AOE Schaden darauf, keinen Dots oder sowas. Normaler Cleave oder so trifft die nicht. Der Cleave vom Parler Tank zum Beispiel trifft es aber, weil es nicht als Cleave gilt, sondern eher ein Chain ist. Und auch ein Chain Lightning würde die treffen. Und die sind so, dass die haben keinen richtigen Argo Table, sondern die gehen immer, also die sind ganz weird, die haben irgendwie ein Argo Table, aber die gehen heißt, der ist dann aktiv und hier ist der DK Tank so gut, weil sollte es mal passieren, dass er vielleicht doch nur zwei hat, dann kann er AMS ziehen und all so ein Kram und sich in der Zeit einen dritten ranholen. Der DK Tank überlebt das am ehesten. Dieser Tank hier, dadurch, dass er die Dinger drauf hat, kann sich auch frei im Raum bewegen, weil dieser Debuff macht so gut wie gar keinen Schaden auf ihn, weil er ja hier die Damage Reduction durch diese Void Dinger hat. So, dann Bloodlust, da wird reingeballert, volle Pulle und sobald der wieder inaktiv wird, wird dann wieder Wallerner aktiv. Und das ist der Moment, wo alle wieder auf ihre Ausgangsposition laufen müssen, zwölf Yard voneinander getrennt und während des Übergangs ist meistens immer noch ein Schock Vortex da. Die verschwindet aber, wenn Wallerner aktiv wird mit der Zeit, da er die Fähigkeit ja dann empowert hat. Und dann stehen hier alle wieder schön verteilt und ich als Tank drehe den Boss wieder um. Ja, aus den Gründen wie gerade genannt. Weil damit die Milis da hinten sich besser wieder verteilen können. Und dann geht der ganze Spaß einfach wieder von vorne los. Welcher dann als nächstes kommt, es muss nicht sein, dass dann wieder Teil daran aktiv wird, kann auch sein, dass Kelle Set dann wieder aktiv wird. Aber das wiederholt sich die ganze Zeit, bis der Boss down ist. Und jetzt kommt noch eine Ability, die ich noch nicht groß erklärt habe, außer gerade, das sind die Kinetic Bombs. Und die sind wirklich nervig und scheiße. Ich glaube im 25er kommt vier. Ich glaube im 25er kommen vier, drei oder vier. So, diese Kinetic Bombs, die fangen oben an und fallen dann ganz langsam Richtung Boden. Und wenn man ein Hit drauf macht, Dots zählen nicht, es muss ein direkter Hit sein, dann fliegt sie wieder nach oben, und kommt wieder langsam runter. Sobald die den Boden berührt, fliegen alle Spieler schwupp, schwupp, schwupp. Das ist eine riesige Explosion. Und oft ein Grund, warum ihr wipen werdet. Wenn nicht wipen, dann sterben dort sehr viele Leute. Wenn das bei 5% HP passiert, dann könnt ihr den Boss wahrscheinlich noch umzergen. Wenn das früh passiert, dann callt wahrscheinlich eher ein Wipe. So, wie gehen wir jetzt mit diesen Orbs um? Weil irgendjemand muss sich ja darum kümmern. Am besten sind dafür geeignet Klassen, die Pets haben. Warlocks und Hunter. Denn ein Warlock oder ein Hunter können einfach ihr Pet da dran schicken und das Pet greift automatisch an, wenn die unten ist und fliegt wieder hoch. Das ist das Einfachste damit umzugehen. Ihr müsst dafür aber die Leute ein bisschen aufteilen. Leute, die die rechte Seite covern, die die linke Seite covern, die Norden und Süden covern. Denn der eine Hunter steht vielleicht hier auf der rechten Seite und wenn jetzt hier drüben die Orbs spawnen, dann kann er die natürlich nicht wirklich schnell genug nehmen. Und diese Orbs oder die Kinetic Bombs können überall spawnen. Die können auch hier in der Ecke spawnen, die können hier unten in der Ecke spawnen, egal wo, die können überall spawnen. Und wenn ihr Pech habt, dann spawnen einfach drei Stück da hinten. Und wenn ihr jetzt zwei Warlocks hier habt oder drei Warlocks hier, noch einen hier und ein Hunter da, dann ist es ein bisschen schwer. Selbst wenn ihr die eingeteilt habt, dass ein Warlock dahin geht, einer hier, einer und es ist so übertrieben wichtig, dass sich die Leute, also Warlocks und Hunter absprechen. Ich nehme die, okay, die ist safe, deck du die linke Seite ab, ich brauche Unterstützung vorne, vorne ist eine gespawnt, einer schnell hin, weil es kann auch sein, dass die, alle die, die dafür eingeteilt sind, nicht schnell genug hinkommen, da muss einer von den Milis dahin oder der Tank muss was drauf schmeißen oder ein Range hier muss sich darum kümmern, die müssen die ganzen fight über gejuggelt werden und das ist wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe, warum ihr hier noch Wipes haben werdet, denn alles, jeder für sich ist einfach, aber alles zusammen ist halt das wird am Anfang erstmal das übelste Chaos sein. Was dann ja noch dazukommt ist von Alderam dieser Spark, der trifft ja immer random Leute, die Leute müssen immer gedispelt werden. Für die Melees teilt ihr euren Disci Priest ein. Der Disci Priest macht dort in die Melees ein Master Spell rein. Für die Ranges, gerade als Parler Tank, kann man wunderbar dort mit dispeln. Wunderbar. Und man nimmt den Leuten, also den Heilern, da die Global Cooldowns, die sie eigentlich opfern würden, weg. Ja, also gerade als Parler und als Retrie oder auch als Shadow kann man sich sehr gut um diese einzelnen Debuffs gemacht. Hauptsache, die sind weg. Das hier ist kein Fight, wo ihr irgendwie mega blasten müsst oder sonstiges. Ihr müsst die einzelnen Abilities einfach richtig gut exekuten. Dann legt ihr diesen Boss. Wenn alle verstanden haben, dass nur die Abilities zählen und dann fällt der Boss von ganz alleine, dann legt ihr den Boss super schnell. Wenn die Leute es aber nicht verstehen und ihre Aufgaben nicht ernst nehmen, weil ein Shadow oder ein Retrie normalerweise dispeln die eher wenig. Und wenn die auch so den Gedanken haben, ich dispel halt, wenn es absolut notwendig ist, dann wipe die. Wenn die aber den Gedanken haben, ich dispel, egal was da kommt, neue Debuffs, dispel, 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 dispel und dann weiter Schaden machen, dann legt den im Boss. Und genau das gleiche mit den Kinetic Bombs. Wenn dieses Team aus Warlocks und Hunter diese Aufgabe der Kinetic Bombs an Priorität Nummer eins stellen und sich hauptsächlich um diese Bomben kümmern und nur Schaden machen, wenn es halt gerade super safe ist, dann werdet ihr dadurch nicht mehr wipen. Und wenn ihr diese Kugeln schon mal als Wipe Grund rausgenommen habt, ist eure Chance dem Boss zu legen sehr sehr viel höher. Dann müsst ihr das hinkriegen, dass wenn ihr wenn Valana aktiv ist, das muss vorher eingeteilt werden. Das ist auch ein Wipe Grund, der öfter passiert. Unsere ersten drei Trice war einfach nur Boom und alle sind in die Luft geflogen. Wenn alle Leute verstehen, dass die Aufstellung, wenn Valana aktiv ist, wichtiger ist, als dass ein Spieler noch nah genug am Boss dran ist, dann schafft ihr die Ability. Wenn du hier aber hinten einen DD hast, der dann meint, ich komme ja gar nicht an den Boss ran, ich laufe jetzt einfach in alle rein und sprengt die dann, dann vibet ihr. Es ist kein Problem, dass die Ranges bei Valana auch einen Ticken näher zusammenstehen, solange sie schnell genug sich verteilen können, wenn die Ability kommt. Und hier noch ein Tipp, ihr habt ja hier mehr oder weniger so Reihen. Die Hinteren, wenn ihr 12 Yards von denen hier wegsteht, heißt das noch lange nicht, dass der hier 12 Yards von dem und von dem wegsteht. Angenommen, der hier steht zu nah am Tank, dann muss er hier weglaufen. Dann ist der aber auch auf einmal zu nah drin und die würden sich kicken. Und der schillt schön da hinten und sagt, 12 Yards ist keiner, nicht mein Problem. Wir haben das dann auch irgendwann so gemacht, dass die Leute, die außen stehen, einfach weit genug nach außen laufen, einfach nur, um die Möglichkeit zu schaffen, falls notwendig, dass diese Leute hier Platz haben, um nach hinten zu kommen. Das ist so viel wichtiger, als noch ein bisschen mehr Schaden auf diesen Boss zu machen. Weil wie gesagt, ob der Boss jetzt fünf Minuten dauert oder acht Minuten, warte, wie ist der Enrage timer, hat der überhaupt einen, da, zehn Minuten, da kommt ihr eh nicht dran. Ja, super wichtig, die Sache. Der Tank hier, der wird keine Agro-Probleme haben, absolut nicht, weil immer erst Waller aktiv ist. Diese Dinger, die müssen, drei Stück müssen mindestens da sein. Wir hatten auch schon genug Wipes, weil der Tank nicht hinbekommen hat, genug drauf zu kriegen, was auch komplett unnötig ist. Dieser Tank hier, der ist, natürlich ist es chillig, wenn er da steht, der ist aber nicht an diesen Ort hier gebunden. Dieser Heroic Shadow Prison, das, wenn du läufst, du Schaden kriegst, das gilt für den Tank hier nicht, da er durch diese Orbs so gut wie gar keinen Schaden davon kriegt. Das heißt, wenn ein Shadow Ding hier spawnt, dann hol ihn dir. Diese Shadow Dinger können nicht hochgeschossen werden. Man muss den sich aktiv holen. Mach es. Lauf rum, hol dir die Dinger, wenn du dran bist, dass du bereit bist. Und guckt so, dass sich wieder mal eure Palahealer nicht bewegen müssen. wenn der Spread kommt von Valana habt eure Palahealer am besten auf diesen Spots hier vorne stehen. Dass die niemals moving müssen, weil sonst kippt der Tank hier um. Der Tank kriegt richtig viel Schaden. Ja, ein DD kann den Orb dahin bringen, ist aber nicht nötig, nicht mal im Ansatzweise nötig. Er hat genug Zeit, sich seine Dinger zu holen. Und sollte es der Fall sein, dass er nur zwei hat, AMS, Paintsup anfordern, Bubble Sack anfordern, alle CDs anfordern, die es irgendwie gibt. In der Phase hier, wenn der aktiv ist, bekommt nur der Tank und der Tank Schaden, sonst niemand. Das heißt, die Palahs ballern und alle Heiler ballern voll rein. Das sollte gehen, solange er kein One-Shot ist. Und mit 20% Zusatz-CD geht das halt aus. Denn jede Kugel bringt 35%. So. Das heißt, du kriegst keinen Schaden mehr, wenn du drei Orbs hast, oder? Ich glaube nicht, dass es 35% sind. Ich glaube, es sind 25%, um ehrlich zu sein. Aber 35%, angenommen, es sind 35%, ein 20% Debuff, dann fehlen dir nur 15%. Das macht dann auch nicht so viel aus. Ähm, ja, und noch wichtig ist natürlich, noch ein riesiger Vibegrund ist hier das Ding. Melees lauft zwei, drei Meter mit, stackt die ab. Durch die Ranges fliegt die einfach nur durch. Und der, der getroffen wird davon, wenn ihr das verkackt, dann wiped ihr daran. Wenn ihr nicht raus lauft, wiped ihr, es ist sogar besser, wenn dieser Orb hier riesig ist und hier rumfliegt und nicht abgesteckt werden kann, dann ist es völlig in Ordnung, wenn die hier hinten den Spieler trifft und der stirbt. den kann man battle retten. Halb so wild. Und selbst wenn er tot ist, halb so wild. Die Sache ist nur, also da habe ich jetzt keine genauen Maße von, aber so rein aus der Erfahrung her, die Größe der Explosion davon ist circa so. Grob. Das heißt, ihr müsst wirklich bis hinten durchlaufen, falls diese Orb zu riesig ist, sonst macht es Boom. Also lauft einfach damit an die Wand. Fertig. Und wenn ihr dann zu hohe Stacks habt, dann bleibt ihr da hinten einfach stehen, bis eure Stacks abgelaufen sind. Weil ihr bewegt euch, Stack gehen hoch, 1, 2, 3, 4, 5, ihr bleibt stehen, der Debuff läuft aus und ihr bekommt auch keinen Schaden mehr. Wenn ihr zu hohe Stacks habt, bleibt einfach an Ort und Stelle stehen und bewegt euch nicht. Lieber ein bisschen weniger Schaden von euch, als dass die Heiler sich um Sachen kümmern müssen, wofür sie keine Zeit haben. Oder ihr sterbt. Okay. Hat noch jemand... Achso, die CDs. Warte, machen wir mal die Note auf. Wie wir welche CDs benutzen. Zu den Tank-CDs. Der DK-Tank oder wer auch immer Keleset tankt, der used die CDs so, wie er es benötigt. Denn man bekommt absolut null Schaden, außer der ist empowered. Das heißt, alle CDs werden im Empowerment von Keleset genutzt. Aber da ist es scheißegal, in welcher Reihenfolge wie oder wie, ist scheißegal. Die von so wir haben es dann so gemacht, dass für jeden Shot Vortex haben wir eine Raid Sec, für jede Flame Orb haben wir eine Raid Sec und eine Auren Mastery Fire plus ein Safe CD, plus ein External CD. Und dann haben wir hier für die Kinetic Bombs noch Plätze belegt, wer wo steht. Nur zum Verständnis, eins und zwei ist, wenn der Boss das erste Mal aktiv ist. Die Bosse werden mehr als einmal aktiv sein. Das heißt, wir pullen die allererste Raid Sec beim ersten Shot Vortex, macht in unserem Fall Hubsenet alle. Der zweite Shot Vortex, wenn er kommt, mache ich schniezen. Wenn dann danach Taldaram aktiv ist, beim ersten Orb macht Rob Pally Raid Sec und Auren Mastery Fire und Liu gibt eine Pains Up auf denjenigen, der diese Orb hat. Beim zweiten Orb macht das gleiche Palatom der andere Heiler und Rob Pally gibt demjenigen eine Bubble Sec. Dann kommt ja Keleset, da passiert ja gar nichts. Angenommen, dann kommt wieder Valana, dann mache ich den dritten Schock Vortex und ich mache den vierten, sollten jeweils immer zwei kommen. Und genau das gleiche bei den Flame Orbs. Den ersten Flame Orb beim zweiten Mal macht wieder Rob Pally mit seinen CDs, den zweiten macht wieder Palatom mit seinen CDs. Hier ist jetzt nur ein Unterschied, dass je nachdem kann ich nicht genau sagen, es ist halt wer wann aktiv ist. Wenn die in der gleichen Reihenfolge aktiv werden, dann kann man da wieder eine Paint Zap benutzen. Wenn das nicht geht, dann müsst ihr etwas anderes benutzen. Dann könntet ihr dort ein Lay on Hands benutzen. Nur zum Beispiel. Man muss da nicht, aber natürlich hilft es. Und bei der vierten Kugel macht dann bei der vierten Kugel macht dann Palatom seine Bubble Sack. Weil der Bubble CD wird wahrscheinlich noch nicht wieder ready sein. Okay. Ich glaube das wär's. Und wie gesagt, die Notes hier, die poste ich bei mir alle im Discord. Dann könnt ihr euch die mobsen. No Copyright. So. Ah, hallo? Hat jetzt noch jemand eine Frage zum Bloodprince Council? Ich glaube, ich habe die Wichtigkeit der einzelnen Abilities deutlich gemacht. Wie gut findest du eigentlich einen Decathlon in den ICC? Sehr gut. Ja. MD und Tricks auf dem Tank ist noch gut, weil in meiner Erfahrung der Decathlon die Argo mal verlieren kann. Also wenn Decathlon die Argo verliert, dann macht er was falsch. Single Target müsste der Decathlon bei Weipen der beste Threat Generator sein. Und wie gesagt, der Decathlon hat ja erst mal Minimum irgendwie 40 Sekunden Zeit, um Argo zu machen, bevor da irgendjemand drauf haut. Das ist länger als man in Classic Five Thunder please. Danach erst Damage. Aber klar, wenn der Decathlon Hilfe braucht, ja, dann sagt halt Bescheid. Man kann immer auch noch Salvations geben oder Sonstiges. So, vielleicht nochmal den Pull. Die haben verschiedene Thread Tables. Wenn ich ranlaufe, ich laufe immer von hier rein, ich mache Hand of Reckoning auf diesen Mob, auf Valana und schmeiße Avengers Shield auf den rechten Mob. Und dann use ich einen Zapper. Und dann haue ich die ganze Zeit auf Valana. Der Cleave reicht aus, um auf beiden Diago zu halten. Ignoriert Flame Ob Immunität? Nein. Ja, vielleicht noch eine gute Sache. Ihr könnt auch einfach nach hinten laufen, Icebrook usern, easy peasy. Problem gelöst.